Ungeheuer guten Tag bin ich Leute und willkommen zu einem Shakes & Fidget Video. Ich hatte ja jetzt zwei Videos gemacht, um auf den Server hinzuweisen. Der Server ist auch gestern um 16 Uhr wie geplant gestartet. Okay Leute, wir legen jetzt los. Das heißt, die Leute, die jetzt wirklich pünktlich da sind, die erleben es als erstes. Aber der Serverstart ist nicht genauso gelaufen wie geplant. Es sind viele Sachen schiefgegangen. Hatte mit dem Server aber weniger zu tun, sondern eher mit dem, was hier passiert ist im Streamhaus. Und zwar war Mimi bis gestern noch in Berlin, ist dann aber geplant, dass er kurz vorher hinkommt, weil er hatte in Berlin ein paar Sachen zu erledigen. Und was ist passiert? Er hat in dem Bus sein Portemonnaie verloren. Es wurde ihm geklaut, whatever, das weiß man nicht. Er kommt nach Hause und merkt, fuck, mein Portemonnaie ist geklaut worden. Ich hoffe, bei euch ist alles jung. Ja, bei dir nicht, ne? Dein Portemonnaie ist weg. Oder hat der Busfahrer es gefunden? Ja, ähm, der Busfahrer hat es nicht gefunden. Nee? Nein, von der Waarsch. Ich überlege jetzt auch, ob ich schnell alles sperren lasse. Erstmal die Karten. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und ich kann erst Dienstag wieder bei den anderen anrufen, weil Montag ist ein Feiertag. Oh mein Gott, jetzt ist auch noch Pfingsten und jetzt hat Mimi sein Portemonnaie geklaut bekommen. Oh mein Gott. Ja, wer es findet, da ist ordentlich noch Geld drin auf jeden Fall. Okay, RIP, RIP-Portemonnaie auf jeden Fall. Das ist doch geil, die drei Situationen. Ja, die werden dieses Foto, wer es gefunden hat, der wird uns vielleicht erkennen auf dem Bild. Natürlich haben wir dann erstmal versucht, irgendwie das Portemonnaie wieder zu beschaffen. Wir haben beim Fundbüro angerufen, bei dem Busunternehmen hier, HVV und alles. Und ja, das Portemonnaie ist weg. Keine Spur. Dadurch hat sich nochmal der Stream bis kurz vor Start verzögert. Eigentlich hatten wir vor, gemütlich von 5.30 Uhr anzufangen. Dann haben wir 30 Minuten Zeit, bis es losgeht, um erstmal ein bisschen zu quatschen und so. Aber durch dieses ganze Tohuwabohu, ja, durch den ganzen Chaos, der entstanden ist, sind wir wirklich eine Minute vor Start. Erst konnten wir an den PC kommen und dann, ah, dann waren noch ein paar Sachen schiefgelaufen. Aber dann, so nach anfänglichen kleinen Schwierigkeiten, hat alles dann geklappt. Der Serverstart war ein voller Erfolg. Es spielen mittlerweile schon über 12.000 Leute auf dem Server. Ich gucke mal ganz kurz, Ehrenhalle. Es spielen 13.900, es spielen schon fast 14.000 Leute auf dem Server. Krass. Wenn ihr auch auf dem Server spielen wollt, könnt ihr einfach die URL eingeben, unge.sfgame.de oder einfach den Link in der Beschreibung benutzen. Dann kommt ihr zu Welt 38. Wir haben erst bis Level 10 den Char gelevelt mit der Taverne, mit Quests. Captain Pete, vielen, vielen Dank für den Sub. Danutopia, ich werde euch noch zerstören. Also ich werde es versuchen. Oh, Danutopia macht ein Konkurrenz-Gil. Warte, jetzt müssen wir einmal ganz kurz hier den bösen Banditen niederstrecken. Oh, alle weichen aus. Was ist denn da los? Er ist auch ein, er ist auch ein, äh, Pam. So, jetzt schnell Geschicklichkeit wechsgehen. Zack, und da ist das Gold schon wieder, da ist das Gold schon wieder futsch. Habe ich noch irgendwas? Oh, ja, Stärke. Habe ich noch irgendwas? Intelligenz. Okay, und die nächste Mission losschicken. So, die nächste Mission ist diese hier. Okay. Ich kämpfe jetzt gegen eine Sackratze. Stufe 9. Äh, und innen gehen? Alter, das Charakterprofil sieht da echt sowas von geil aus. Oh mein Gott. Also nochmal fetten, fetten Dank an den Zeichner. Ey, das ist so krass. Ähm, so. Stufe 10! Ich bin Stufe 10. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Dein erster Meilenstein, Stufe 10. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt wird richtig reingepusht. Da sind wir auf Level 10 in den Zauberladen gegangen, haben auf ein Sammelalbum gehofft. Das haben wir dann auch gefunden. Und ich habe mein Sammelalbum wirklich, äh, sehr gut ausgeführt. Für alle Leute, die noch nie Shakespeare gespielt haben. Kurze Erklärung. Ab Level 10 kann man das Sammelalbum finden. Das sollte man auch unbedingt tun. Denn das Sammelalbum, wie ihr seht, gibt einem einen Erfahrungsbonus von, ähm, ja, vielen Prozenten. Bei mir sind es 38,18 Prozent. Das heißt, man levelt dadurch schneller. Und dieses Sammelalbum, das, ähm, ist wie so ein, ja, wie so ein Stickeralbum, könnt ihr euch vorstellen. So ein, äh, ja, wie nennt man das? Panini? Diese Fußballsticker. Äh, auf jeden Fall, ähm, dort seht ihr alle Dinge, die eure Gegner oder, äh, eure, ja, die Welt so zu bieten. Ja, und die könnt ihr dann, alle Gegner, die ihr besiegt, die Gegenstände davon werden in dem Sammelalbum gesammelt. Ja, ich habe hier die ganzen Ketten schon gesehen. Hier diese Ketten, zum Beispiel, von dieser Sorte habe ich nur eine Kette gesehen. Von den Runenketten. Das heißt, wenn ich diese Ketten hier noch irgendwo bei dem Gegner sehe, wenn ich jetzt jemanden angreife, der so eine Kette hat, dann wird mein Sammelalbum weiter aufgefüllt. Und so mehr ich für das Sammelalbum sammle, hier die ganzen Waffen habe ich schon gesehen, so mehr ich, äh, so mehr ich für das Sammelalbum sammle, desto mehr Erfahrung kriege ich, ja. Das habe ich erstmal dann fleißig gesammelt. Und beim Sammelalbum gab es allerdings noch ein großes Problem. Dadurch, dass es natürlich ein Server ist, äh, auf dem ich etwas auffalle mit meinem besonderen Bild und dadurch, dass natürlich Leute den Stream geschaut haben, es haben unfassbar viele Leute den Stream geschaut, ähm, das Sammelalbum kostet 25 Gold. Und wie ihr gerade seht, ich habe jetzt 6 Gold, 25 Gold sind schon eine Menge für den Anfang, vor allem für Level 10. Und ich habe mit diesen 25 Gold versucht, das Sammelalbum zu kaufen, hatte aber natürlich nie Gold, weil ich immer angegriffen wurde von Spielern, weil alle Leute haben versucht, Unger anzugreifen. Und wenn du angegriffen wirst und verlierst, dann verlierst du die ganze Zeit Gold. Ja, ich habe jetzt wirklich ohne Ende Gold verloren. Richtig viel Gold. Dann habe ich mir, dadurch, dass Shakespeare mir Pilze aufgeladen hat, habe ich mir dann, ähm, den Greifen geholt, ja. Ja, dann, wenn man sich den Greifen holt für Pilze, dann kriegt man auch ein bisschen Gold als Umweltprämie, ja. Auf Level 10 ist es nicht so viel wie jetzt hier. Und ich habe mir wirklich diesen Greifen geholt und in dem Moment, ich habe mir jetzt natürlich, ich war natürlich dumm, ich habe es im Stream gemacht und in dem Moment, als ich mir den Greifen geholt habe, äh, wurde ich wieder abgefarmt. Das heißt, ich habe nicht so schnell den Greifen holen können, wie ich abgefarmt wurde. Das heißt, mein Geld ging hoch, mein Gold ging wieder runter, mein Gold ging hoch und wieder runter. Aber, oh, dann habe ich einfach irgendwann, ihr seht es, ich habe hier den Greifen für, äh, ich habe den Greifen, äh, bis 2025 gemietet. So oft habe ich mir den geholt. Also, ich habe natürlich noch ein paar Mal danach mir den Greifen geholt. Aber, ähm, auf jeden Fall war das der absolute Horror, wie ich abgefarmt wurde. Aber deswegen nochmal großen Dank an Shakespeare, dass ihr mir ein paar Pilze gesponsert habt. Das war sehr, sehr nett. Ähm, und das war auch bitter nötig, dadurch, dass ich so abgefarmt wurde. Neue Ware? Oh, da ist das Sammelalbum für 25 Gold. Oh Gott, 25 Gold. Ich dachte, das kostet 10 Gold. Scheiße. Mal 25, das heißt, du weißt, was zu tun ist. Ja, jetzt, jetzt. Oh mein Gott. Leute, bitte farbt mich nicht ab. Bitte, bitte farbt mich jetzt nicht ab. Okay, das ist eigentlich dumm, was ich da tue. Muss eigentlich den Stream ausmachen dafür und dann das mal zu einer Uhrzeit machen, wo es keiner weiß. Ja, scheißegal. Scheißegal, es wird einfach, es wird ehrenlos reingegönnt. Du bekommst ein bisschen schneller auf den Stall, wenn du im Charakterprofil einfach unten wieder auf den Greifen klickst. Nein, der ist schon wieder unter 25. Nein, oh, die farben mich ab, die farben mich so ab. Die farben mich ab, die farben mich ab. Schaffst du es? Dann beeil dich, mach schnell. Nein, die farben mich ab, die farben mich ab, die Leute. Ja, Moment. Scheiße, meine Pilze bin ich jetzt gleich so los. Aber dafür hat Player Games mir die Pilze gegeben, weil die wussten, dass ich abgefarmt werde. Ich werde abgefarmt wie sonst sowas. Nee, ich werde so abgefarmt. Schaffst du nicht? Nee, schaff ich nicht, schaff ich nicht. Ich kann dich dagegen antreten. Okay, dann musst du es echt machen, wenn gerade nicht so viele Leute zugucken und dich abfarmen. Ja, ich kann dagegen nichts. Dann lass es sein und verskill das Ganze ganz schnell. Ja, ich kann nichts dagegen tun, ja. Das habe ich noch nicht erlebt, dass man sich das Sammelalbum nicht kaufen kann. Weil man abgefarmt wird, ja. Das ist krass, oder? Das ist ein Schaden. Ja, ich kann mir das Sammelalbum nicht kaufen. Ich werde einfach zu krass abgefarmt. Fuck. Ja, die Sache ist die. Ich habe dann gesagt, ich bin dann mal AFK auf Toilette, gleich geht es weiter. Und habe dann schnell den Stream gemutet und habe so einen Pausebildschirm reingemacht. Hier diesen, ja. Und in diesem Pausebildschirm habe ich dann einfach ganz schnell Gold aufgeladen und dann habe ich mir das Sammelalbum geholt. Alter, das war eine schwere Geburt. Oh mein Gott. Der Summerstart allgemein war sehr, sehr lustig. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin sehr froh. Ich habe sehr viele coole Leute getroffen. Allgemein muss ich sagen, dieser Empfang in diese Shakes & Fidget Community war so herzlich und so cool. Ich habe zum Beispiel gestern ganz viel mit dem Terra gequatscht. Das ist auch ein Shakes & Fidget YouTuber. Ich habe jetzt mal hier aus Spaß Shakes & Fidget Games S38 eingegeben. Das ist der Server, auf dem wir spielen. Und wenn man das eingibt, dann sieht man hier, dann sieht man hier, Spieletrend hat gestern ein Video gemacht. Heute startet der Ungespielserver. Spieletrend, ich danke dir. Wirklich. Also ich finde das so cool, dass so viele Leute darauf aufmerksam gemacht haben. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Und du hast was gut bei mir. Und wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, wenn ich irgendwas machen kann für dich, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. Wirklich. Ich danke dir, weil er hat so... Guckt euch das Video einfach an. Es ist so, er ist so ein netter Typ. Ohne Witz. Ich habe dann ihn gestern auch in Discord geändert. Aber dadurch, dass der Server startet und der Stream so stressig war, habe ich es nicht mehr geschafft, mit ihm dann lange zu schreiben. Aber ich habe ihm noch geschrieben, hey, wie sieht es aus mit Server 38? Spielst du in unserer Gilde? Aber dann war der Stream, ahne, dann war natürlich der Stress ein bisschen da. Ja, dann Paul Terra, mit dem habe ich gestern gespielt. Auch ein Shakes & Fidget YouTuber, der schon lange Shakes & Fidget Videos macht. Dorsa hat hier was gemacht. Vor einer Stunde erst ein ganz frisches Video. Shakes & Fidget umgespielt, Server start. Also sehr, sehr viele Leute haben hier was gemacht. Zum Beispiel hier, Unges Gilde, jetzt bewerben. Ach, das war auch Paul Terras Bewerbungsvideo. Über Paul Terra könnt ihr euch übrigens für die Gilde bewerben, wenn ihr noch irgendwie in unserer Gilde interessiert seid. Über Paul Terra, ich packe mich mal in den Discord von Paul Terra in die Beschreibung. Über diesen Discord könnt ihr euch für die Gilde bewerben. Und ja, hier auch ZeldriconLP hat auch vor einem Tag ein Video gemacht. Wie soll Unge in Shakes & Fidget aussehen? Es ist unfassbar. Es ist wie damals, zum Start der Minecraft-Zeit, habe ich das Gefühl. Und Shakes & Fidget ist echt ein sehr, sehr geiles Blosser-Game für den Stream. Also es werden auch Videos kommen. Ich sage mal, mindestens ein Video pro Woche möchte ich von Shakes & Fidget hochladen. Vielleicht so eine Wochenzusammenfassung. Und den Rest werdet ihr im Stream sehen. Also unge.tv, da werde ich im Stream Shakes & Fidget viel spielen. Und ja, ich spiele im Stream ja generell viel Kram, der jetzt nicht so, ich sage mal, es ist nicht dieser Hype-Games. Also Fortnite spiele ich wirklich ab und zu momentan nur. Ab und zu macht Fortnite auch, macht mir auch Bock. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt ein bisschen zu, fast schon ein bisschen zu überlaufen irgendwie. Und ich könnte natürlich auch die ganze Zeit nur Fortnite zocken und hätte dann, was weiß ich, könnte mir da meine Zuschauer sammeln. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte lieber eine geile Community haben, die Bock hat auf auch mal was Neues. Anstatt ja immer den gleichen Kram sozusagen. Ihr wisst, was ich meine. Naja, bevor ich euch noch lustige Ausschnitte aus dem Livestream zeige, möchte ich euch noch den heftigsten Kampf zeigen. Also, wenn ihr dann auf Level 10 Quests macht in der Taverne, habt ihr die Chance, einen Dungeon-Schlüssel zu finden. Ja, in diesem Dungeon-Schlüssel, mit diesem Dungeon-Schlüssel könnt ihr Dungeons öffnen. Ja, das ist der erste Dungeon hier. Und ich habe schon 9 von 10 Bosse in diesem Dungeon besiegt. Das ist schon echt, also ich bin sehr stolz. Also ich bin wirklich, wirklich stolz auf mich mit Level 19, 9 Bosse gekillt zu haben. Es war auch sehr viel Glück dabei, sage ich es mal so. Denn, wenn ihr euch jetzt mal anguckt, ich habe hier, in meiner Post habe ich die Kämpfe gespeichert. Es ging auf jeden Fall ganz harmlos los gegen das Gespenst. Es war natürlich der Kampf, es ging am Anfang noch ganz harmlos los gegen die ersten Gegner. Die waren soweit als erstmal kein Problem. Da habe ich einen Epic bekommen direkt. Also mit Stärke, Geschick, Intelligenz, Ausdauer und Glück. Ja, war 10 Gold wert, war für Level 10 direkt für den Bosskampf echt viel Gold. Da habe ich mich sehr gefreut. Habe ich dann noch verkauft, weil von den Werten her brauche ich es nicht. Bin ich am Arsch. So, und das ist, da habe ich einen Ring bekommen. Auch ein Epic. Ja, genau der Ring. Mit Geschick, Ausdauer und Glück. Also allen drei Attributen. Sehr, sehr cool. Da habe ich mich sehr gefreut. Das ist auch der, den ich immer noch trage. Ja, das ist der, der eine Ring. Ihr wisst Bescheid. Und dann wurde es schon härter im Dungeon. Okay, ausweichen. Okay, geblockt, ausweichen. Oha, das war aber wirklich nochmal eine ganz schön knappe Kiste. Ja, auch sehr nice. Aber dann kamen immer mehr Gegner und der achte Gegner, der war eigentlich nicht zu schaffen. Der achte Gegner war der Voodoo-Meister und der war eigentlich nicht zu schaffen. Guckt euch diesen Kampf an. So sah der Kampf aus zuerst. Ihr seht, ich habe auch gegen ihn gewonnen. Aber dieser Kampf, schaut mal, wie unverhältnismäßig das ist. So. Obwohl ich nur Kritz gemacht habe in dem Kampf. Nicht mal die Hälfte an Leben abgezogen. Ja, und das war wirklich ein, das war schon ein sehr guter Kampf. Also ich habe wirklich gekrittet wie ein Tier. Äh, und. Keine Chance eigentlich, ne? Absolut keine Chance. Weil er kann halt, ich kann nicht ausweichen, ne? Von Magie kann man nicht ausweichen. Aber dann habe ich es irgendwie, habe ich ihn nochmal angegriffen und ich habe es irgendwie geschafft. Und ich, ich frage mich, wie? Schaut euch das an. Nur reingekrittet? Oh mein Gott. Was war das für ein Lack? Was dazu in meiner, ich gucke mal ganz kurz, wer in der Gilde gerade drin ist. Also, äh, ich und Terra, wir sind Level 19. Ähm, dann ist noch die Swabide drin. Die hier gerade auch neben mir sitzt. Du. Hallo. Hi. Und dann ist noch der Zero drin, oder Zero. Dann Mimi ist drin, der ist Level 16. Der hat gestern vergessen, das Glücksrad zu drehen. Aber, äh, bei ihm läuft auch. Der Krantix ist Level 26. Oh, der Krantix hat schon weitergelevelt. Der wartet nicht bis 23 Uhr. Der ist schon Level 26. Was für ein Tier. Dann der Kaspargopf, äh, 22, Diz, X, Lassa, Level 19. Oh, Lassa hat ich auch schon ehrenhaft gegönnt. Nein. Äh, das ist der Jan. Kajura, Volt, das ist der Mike. Sintix, Nick, X-Times und der Pech. Ja, wir sind jetzt 16 Leute in der Gilde. Ähm, aber wir machen, nachts, äh, rotieren wir noch. Damit mehr Leute halt den, äh, Gildenerfahrungsbonus kriegen können. Ja, und, äh, so weit, so gut. Wenn ihr wieder mehr Let's Play sehen wollt, lasst gerne euch nach oben. Da würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns wieder. Haut rein. Tschüss.